Eine Ammoniakvergiftung ist, wenn zu viel Ammoniak, also ein Giftstoff, von Darmbakterien gebildet wird und das nicht mehr komplett abgebaut werden kann in der Leber, weil beispielsweise die Leber chronisch verändert ist, wie bei einer Leberzirrhose und das Ganze dann in das Gehirn kommt und dort zu Verwirrungszuständen oder Verlangsamung führen kann.